Hallo hier, ein Captain Knorkel, wieder mit einer neuen Folge von Supergirl Squad Online. Heute sind wir unterwegs mit Angel und der Mission Ock It To Me. Ja, wir wollen Doc Ock heute unsere Flügel ins Gesicht schlagen. Um die Ohren knallen, quasi. Oder wedeln. Vielleicht fächern wir ihnen doch einfach nur Luft zu, weil er unser Meister ist. Nein, machen wir nicht. Wir klatschen ja alle auf. Zack. Bam, bam. Bolo. Ja, der Angel wird als Nahkämpfer mit seinen Flügeln schwingen. Sehr schön. Bam, down ist er. Tür ist auf und es geht weiter. Ja, da, guck mal. Wir können hier, wenn wir jetzt hier drauf gehen und hier drauf gehen, dann könnten wir... Oh. Wir könnten uns einfach mal hier... Ich glaube, da fliegt er drum rum, oder? Wow, Kreisflieger. Achtung, Kreisverkehr. Achtung am Bahnsteig 7. Kreisverkehr. Uhlulu. Guten Tag. Hier ist was drin für mich. Ja, super Faust. Zack, nehmen wir mal das hier. Das hat nichts gebracht. Nehmen wir das, das hat auch nichts gebracht. Ja, dann kämpfen wir halt einfach so. Naja, weil... Weil wir es können. Guck mal, Angel ist super stark. Super stark. Ja, so wie Engel halt sein sollen. Guck mal, da kommt einer von hinten. Wir könnten jetzt warten, dass da hier in die Falle tritt. Aber... Wir sind wartefaul. Wir sind ungeduldig. Wir hauen ihn auch so in die Fresse. Ohne, dass wir gerade was sehen. Aber es funktioniert, verspreche ich euch. Da hat's geklappt. Hallöchen! Ähm... Was ist denn das hier? Okay. Ja, na... Ich kann jetzt nicht anwählen. Warum nicht? Jetzt aber. Okay. Ist ja falsch. Wie wär's, wenn du den hier mal eins in die Fresse haust? Dankeschön. Und dem da natürlich gleich ein Teuer, weil... Der steht da gerade so. Perfekt. Perfekt! Ich komme. Hallo, die nächsten drei. Guten Tag. Super Heilung. Super Angel... Engel... Engelzieht. Ah! Ich erinnere mich, beim Leveln war das richtig. Ja. Das hatte gute... Gute Bewertungen von mir bekommen. Einmal. Zweimal. Und jetzt hauen wir den noch in die Fresse. Dann geht's jetzt einmal hier lang. Und jetzt kriegt ihr zwei noch was. Bam, 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 Buhle! Da kommt noch mehr. Wow. Da, hast du was. Na? Wie gefällt dir das? Ja, 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 ja. Kameyame, ja! Noch was? Das war schon der Abschnitt. Das war schon der Abschnitt. Das ging ja flat. Gut. Ich wäre dann soweit für die nächste Phase, ne? Also... Go, go, Gadget! Nein. Falsches Spiel. Gibt's davon ein Spiel von Go, go, Gadget? Wie ist denn der? Inspektor Gadget hieß es, ne? Gibt's davon ein Spiel? Weiß gar nicht. Bam, 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 bam! Und? Ja! Er geht ja down! Na, grüner? Du bist mein Held! Hier, wir gehen nochmal drauf, wenn du stirbst. Einfach, weil wir faul sind. Und weil's schnell gehen soll. Okay. Was ist hier versteckt? Ja! Wir dürfen jetzt schon nochmal ran und... Hallo! Hallo! Können aber auch manchmal so gemein sein, oder? Okay, einen haben wir nochmal erwischt. Ich erwisch mal auch nochmal. So schnell und einfach kann's gehen, wenn's jetzt weitergeht. Hab ich was vergessen? Ach, doch, hier unten geht's weiter. Man muss schon sehr genau hinsehen, ne? Sehr, sehr genau. Okay. Na, ihr? Na? Guckt mal! Alle drei? Wow! Und jetzt? Ha! Ha, 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 ha! Na? Was macht denn ihr hier? Seid auch hier wegen der Badelatschen? Ich glaub, die sind ja ganz billig, die Badelatschen. Divebomb! Äh, ja, lass mich mal bitte... Divebomb? Das heißt ja bei Engelsheep. Deutsche Übersetzung? Okay! Und... Bum, 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 bum. Bum, bum, bum! Manchmal ist der Knochen so gut, manchmal ist er so gut, so gut, so gut, manchmal, manchmal, manchmal. Ich glaub, das könnte reichen, um hier einfach mal abzudrücken. Geh mal in die grüne Brühe, mein Freund. Und hier nochmal, ne? Also, flüchten ist nicht. Das Gerät haben wir extra für dich gebaut. Ja, 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 ich muss ja... Au! Und? Oh, der ist ja noch fast voll, der ist ja noch... Kameh, Kameh! Das letzte Harz hat nicht mehr gereicht. Aber! Jetzt! Äh! What? What? Okay, Bräuchchen, das tut mir leid, das ist aber... Das kannst du doch nicht machen, ich bin dir fast draufgegangen. Hast du jetzt eine Erdbeere für mich? Oder so geht's auch. Abschnitt abgeschlossen! Okay, Tome! Ich ock dich jetzt gleich mal ins Gesicht, Freundchen. Ich zieh mal Janserotze hoch und dann ock ich dir ins Gesicht. Brrrr! Dein Kaffee ist kacke! Dark Ark! Och! Okay, das war dumm. Nein, 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 kein Piu-Piu-Piu. Nein, warum kannst du mich erwischen? Warum erwischst du mich? Habe ich ihn noch mal erwischt? Oh, da ist er wach, da ist er wach, da ist er wach, da ist er wach. Oh, ist er tot! Ach, meine Gebete sind für dich, ne? Ich bin ja Angel heute jetzt gerade, im Moment, also... Ich scheiße auf dich! Wir haben alle im Antium! Was ist das Wichtigste an der Sache? Und natürlich, dass ihr dabei wart. Einfach danke ich natürlich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn der Knocke wieder Super-Jews-Code-Online spielt. Tschööö!